hallo zusammen ich habe jetzt nur eine kurze info heute ist einmal ein kürzeres video zu beginn der woche und zwar habe ich gestern abend mit dem laser westler die sie ich sage jetzt einfach mal laser westler aber ich glaube die sie ist noch mit dran auf jeden fall durfte ich mit dem laser westler die sie ich sage es nicht so ich durfte da durfte ich in dem video mit machen und zwar hat hat der laser westler dann format das nennt sich dumme fragen also werden television der kennt das format wahrscheinlich und ich habe es auch kennenlernen dürfen das dumme fragen wie es der name schon sagt dass der griff schalt dumme fragt wirklich also der griff schalt dumme fragen gestellt dann halt irgendwie beantworten muss also zum beispiel bei mir war es zum beispiel die frage mit dabei wann war es das letzte mal wo du 100 euro scheinen in der hand hat ist was sie darauf geantwortet habe sage jetzt aber nicht ich werde euch das video in der video beschreibung verlinken an der stelle ein grüß an laser westler die sie und ja ansonsten wer möchte kann ja mal vorbeigucken beim laser westler der hat noch der natürlich noch mehr videos wie das eine der hat dann auch noch dumme fragen werden television gemacht wird mit nur zwei oder drei ja der hat jetzt insgesamt sechs ausgaben ich war hashtag sechs na also nur zahl sechs der hat es also schon mit ein paar anderen der erste war glaube ich der bären television ich habe mir mal alle anderen fünf schon angeschaut ähm und ich finde das immer ganz interessant was da für fragen gestellt worden sind und vor allem die antworten ähm also ich verlinke euch das video wo ihr mitmachen habt dürfen in der video beschreibung und wer möchte kann sich den kanal ja mal genauer angucken und vielleicht sogar ein abo da lassen also empfehlenswert ist der kanal auf jeden fall hier hat man natürlich die anderen sagen auch noch ein bisschen anguckt also und ähm ich muss sagen ich habe ihn abonniert und ja ansonsten war es das auch schon wenn es euch gefallen hat könnt ihr mal einen daumen nach oben da lassen ihr könnt mich wie immer abonnieren beim abonnieren gibt es eine glocke wenn ihr da drauf gibt es passt die neuesten videos nicht ihr könnt mir meine social medias anfolgen die stehen hier in der video beschreibung und hier im bild und mein zweitkanal ist verlinkt und das video ist verlinkt wo ich euch gesagt habe und wo ihr mir Posten schicken kann steht auch in der video beschreibung ansonsten wünsche ich euch einen schönen restlichen abend guten startenden dienstag je nachdem wann ihr das video seht so der mahlzeit wenn es schon mittag ist habe die ehre wir sehen uns und dann